Wir essen in unserem Haus Immergrün. Sie haben uns die Erde weggenommen. Los, los! So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Hussar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Schilder. 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 Ist er das? Nein, der Nachpassion. Na los, Husser. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ist er das? Nein, der Nachpassion. Ist er das? Na los, Husser. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Na los, Husser. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Kleid! Kaikki! 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 Okay. 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 Jetzt ist wohl kein guter Zeitpunkt zum Reden. Tun wir, was wir tun müssen und verschwinden. Okay. Okay. Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen. Ich weiß, aber könnte er das sein? Ich... Bastian war groß und breitschuldig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt es im Feuer. Er hat ihn! Hussar hat seine Fährte! Komm! Aber das ist noch nicht alles. Mein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird! Das ist ein Befehl! Ist das zu glauben? Der Idiot! Aufhören! Du bringst mich um! Meine Rippen, das Lachen schmerzt! Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian! Ist der... Hat dieser Nilfgaard dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Lieschen. Nein, der Schwarze bleibt hier. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja. Er könnte Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent. Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Die Götter mögen dich nicht schaden. Und die Götter lösen will sehr gut. Drei Mal noch mal. Oh, okay... Geh! Untertitelung des ZDF, 2020 Magie, ein Ort der Macht. Ein Gulenest. Ich muss es zerstören. Ein Gulenest. Ein Gulenest. Hm. Umkehren oder weitergehen? Ein Gulenest. Komm schon. Mach langsam. Hey! Okay. Okay. Komm schon. Hey! 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 Das war's für heute. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020